Das Europäische Parlament hat künftigen schweren Eingriffen in die Privatsphäre der Bürger zugestimmt. Die in der letzten Woche verabschiedete Direktive Nummer 29 verpflichtet Suchmaschinen nun, das Suchverhalten und die Ergebnisse von Benutzern aufzuzeichnen. Begründet wird dies als Vorsichtsmaßnahme gegen Pädophilie. Das teilten die Betreiber der anonymen Suchmaschine X-Quick mit, die sich als Zielscheibe dieser Bestimmung sieht. Verschiedene staatliche Organisationen hätten damit Zugriff auf Suchergebnisse unbescholtener Bürger. Bei X-Quick fühlt man sich damit, so wörtlich, an die Situation in der ehemaligen DDR erinnert. Dort konnte sich niemand bewegen, ohne dass der Staatsapparat durch die Stasi davon wusste.